Herzlich Willkommen im Hotel Klassik in Freiburg. Ob Sie auf Geschäftsreise oder Konferenz sind oder einfach Genießer unserer sonnigen Region im Dreieckland, unser Hotel empfängt Sie in persönlicher und eleganter Atmosphäre. Für einen angenehmen Aufenthalt bieten Ihnen unsere geräumigen Zimmer viel Platz und ein Ambiente zum Wohlfühlen. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, deshalb sind alle Zimmer allergikerfreundlich eingerichtet. So sind die Holzböden frei von chemischen Stoffen und wurden mit ökologischem Öl versiegelt. Auch unsere Bäder sind geräumlich und hell und mit weiteren Extras ausgestattet, auf Wunsch auch barrierefrei. Wenn Sie gerne unabhängig sind, bietet Ihnen dafür unser Gästehaus angenehme Appartements. Eingerichtet mit Kombiküche und ebenerdiger Terrasse bieten Sie auch als Ferienwohnung genügend Raum für die ganze Familie. Zusätzlich verfügen unsere Zimmer über Textilien, die keinen Staub aufnehmen. Und für ein natürliches Raumklima sind die Wände mit Naturfarben gestrichen. Unser Hotel Classic bietet Ihnen für jeden Anlass den passenden Rahmen und perfekten Service, damit Sie sich rundum wohlfühlen. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet erwartet Sie am Morgen in unserem Hotel. Für den Hunger zwischendurch bieten wir Ihnen außerdem kleine Gerichte und Snacks. Seien Sie unser Gast! Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns, Sie bald bei uns! Wir freuen uns, Sie bitte bei uns! Wir freuen uns! Vielen Dank.